420 Quadratmeter, vier Etagen. Überall Holzfußböden und insgesamt sechs funktionierende Kamine. Mein Gott, das ist riesig. Ja, haben Sie Hausangestellte? Nein, nein, wir wohnen zu zweit hier. Ist ja merkwürdig. Was? Müsste dieser Raum nicht viel größer sein? Das ist bisher noch niemand anderem aufgefallen. Wir sind eigentlich auch nur durch Zufall darauf gestoßen. Das ist das sogenannte Panic Room. Was? So eine Art Geheimraum, wie ein Burgverlies im Mittelalter. Mit verstärkten Betonwänden und mit einem separaten Telefonanschluss. Es gibt ein eigenes Ventilationssystem und Überwachungsmonitore, mit denen man fast das ganze Haus im Blick hat. Was hindert einen daran, einfach die Tür aufzubrechen? Stahl. Sehr dicker Stahl. Mein Zimmer. Auf jeden Fall mein Zimmer. Erschreckend, wie sehr ich dich liebe. Ich dich auch, Mom. Was ist los? Da sind Leute im Haus. Nehmt mit, was ihr wollt und verschwindet aus meinem Haus! Das, was wir wollen, ist in diesem Raum. Was hat er vor? Die sperren uns hier ein. Ich freue mich. Das, was er seitdem. Das ist mit oben, ist psychisch. irauchen? Das war, das war ich wiederum- tryin,